Immer dann, wenn mich etwas beschäftigt, geht es in unserem Fluss, der Mur, zumindest dorthin, wo sich noch fließen darf und reiht mit der Mur über verschiedenste Problematiken. Meistens geht es um die Muren, die Fische. Wir leben momentan eine ganz, ganz schwere Zeit, alle zusammen mit dieser Pandemie und Corona. Und wenn auch diese Pandemie ganz viele Probleme abdeckt zur Zeit und nicht sichtbar macht, so sind sie doch da. Wir Angler verbringen sehr viel Zeit an unserem Fluss, vor allem dort, wo einer fließen kann oder darf. Wir erleben sehr viel und können deshalb auch ganz viel erzählen. Jetzt werden Sie mal am Gedenken an Angler dabei, lautet lustige Geschichten rund ums Angling. Nein, das ist mir nicht. Das geht jetzt um ein ernstes Problem, nämlich um die Erhaltung unserer Flüsse und unserer Fische. Und das Problem ist, dass von keiner Seite eine Hilfe zu erwarten ist. Und ich hoffe natürlich, dass ich und viele Angler jetzt mit diesem Filmen die Zuständigen im Land Steiermark wachrunden, dass endlich etwas passiert, was diese großen Problematiken im Gewässer da dann jetzt daran geht. Und ich kann euch auch sagen, wir haben ein großes Problem, weil es geht unseren Flüssen und speziell den Fischen sehr, sehr schlecht. Es ist eh schon nicht mehr viel da, weil einfach die Prädatoren sich derart bedient haben, am Fischreichtum unserer Mauer. Ich möchte nur ganz kurz ein bisschen in die Vergangenheit denken, dass der Kormoran kam, das ist jetzt über 40 Jahre her und den Vogel nicht einmal wer kennt. Der sind Schaden gekommen, hat an unserer Mauer gedacht und keiner hat gewusst, was der da tut. Erst viel später sind sie draufgekommen, dass er Fische frisst, wie wir gemerkt haben, dass nicht mehr so viele da sind. Und der hat schon einen großen Schaden hinterlassen. Jetzt gibt es nur mehr kleinere Gruppen, nicht mehr so viel, weil es auch nicht mehr so viele Fische gibt. Das Land Steiermark, die zuständigen Landesräte haben damals zugeschaut. Und das hat sich nichts geändert in dieser Bürokratie, weil sie schauen auch heute noch zu. Im 21. Jahrhundert. Und wir kämpfen da jetzt um die letzten Wildfischorten unserer Mauer. Und das ist nicht nur die Mauer im Grazer Raum, es ist die gesamte Mauer betroffen. Und es gibt ganz, ganz viele schlimme Dinge, die sich da unter dem Wasserspiegel abspülen, die natürlich von ganz, ganz vielen Menschen so nicht erkannt werden, wie von uns anklären, weil wir einfach sehr, sehr viel Zeit am Wasser verbringen mit unserer Leidenschaft. Und viele, viele Probleme auch schon im Vorfeld erkennen. Und jetzt bin ich bei einem Problem, bei einem ganz, ganz großen, nämlich bei dem Fischotter in der Steiermark. Aber nicht nur in der Steiermark richten sie Schäden an, überall, weil einfach zu viele ihrer Ort am Fluss sind und Nahrung suchen. Sicher, sie müssen auch von irgendwas leben. Und ich sehe es ja ein, es ist ja ein putziges Tierchen, dieser Fischotter. Ich mag es ja, aber nicht, wenn es so viele sind. Und es sind zu viele. Vor zehn Jahren hat man bei einer Bestandsaufnahme 400 Fels gestellt und alle waren zufrieden. Jetzt haben wir 1.600. Nur in der Steiermark. Er geht ja auch, der Otter, recht verschwenderisch mit seiner Nahrung um. Oft frisst er nur die Innereien von Fischen und lässt alles andere liegen. Dass sich das natürlich kein Ökosystem, schon gar nicht in der jetzigen Zeit, leisten kann und nachproduzieren kann, ist auch nicht klar. Also es muss irgendeine Lösung her, damit diese so leidige Problematik endlich aus der Welt geschaffen wird. Der Fischotter ist das Wapentier vom Naturschutzbund Steiermark. Und selbst deren Präsident, Johannes Geb, den ich sehr schätze, sagt, Zitat aus der Broschüre, Wir müssen alles tun, dass sich wieder ein natürliches Gleichgewicht zwischen Otter und Fischbestand einstellen kann. Wahre Worte. Also, jetzt liegt es an der Landesregierung zu handeln. Und bitte handelt schnell, damit wir ein bisschen was noch erhalten können. Das ist eh grotesk, wenn man alles zusammen hernimmt. Wir wissen, dass die Wasserkraft scheiße ist. Dass sich alles zerstört und kaputt macht. Und trotzdem fördern wir sie und bauen weitere Kraftwerke. Jetzt ist mir ein neuerbaren Ausbau gesetzt. Wenn man weiß gar nicht, wie viele Millionen in die Hand und unterstützt diese Kraftwerksbetreiber bei den Bauten. Auf der anderen Seite dann wissen wir alle zusammen, auch dem Ministerium, dass es unseren Flüssen und Bächen nicht gut geht. Nehmen wir wieder 200 Millionen in die Hand. Für die Renaturierung der Flüsse und Bäche. Weil laut Wasserrahmenrichtlinien, EU-Vorschrift, müssen unsere Gewässer bis 2027 einen guten ökologischen Stand aufweisen. Was machen wir? Wie zerstören Munden weiter? Sie glauben wirklich, die Natur mit sehr viel Geld neu erfinden zu können. Aber das wird nicht funktionieren. Weil man kann nicht einen Totenfluss 10 Meter daneben neu erfinden. Dafür reichen viele, viele, viele Millionen nicht aus. Wir haben bereits 5500 Kraftwerke in Österreich, 32 an der Mauer. Wir leisten unseren Obolus. Ich glaube, irgendwann muss genug sein. Aber sie haben nicht genug. Sie sind wie Vampire. Sie hören nicht auf, unsere Natur auszusaugen, bis nichts mehr da ist. Und weil wir gerade bei der Energie jetzt sind, die uns Menschen der Fluss gibt, die Wasserkraft wirbt immer mit erneuerbarer Energie, mit grünem Strom. Ich frage mich, was da grün ist, wenn ich die Bilder nur von dieser Problematik aufzeige, weil es gibt denen ja ganz viele andere rund um die Wasserkraft und was erneuerbar ist. Wenn ein Fluss und das Ökosystem außer Fugen gerät, bitte, dann ist doch durch diese Zerstöckelung und dem Zubetonieren unserer Flüsse nicht irgendwas nachhaltig und erneuerbar. Ja, ganz viele Gelder werden natürlich für Maßnahmen verwendet, wenn nicht viel bringen. Ich sehe es auch nicht für richtig, wenn die Landesregierung in Zäune investiert, weil der Otto solche Schädigungen macht, weil das nicht die Lösung des Problems ist. Und einen Fluss, so wie die Mauer, den kann man nicht einzäunen. Das geht einfach nicht. Also müssen auch andere Maßnahmen her. Es sollte diesen Teich werden, die betroffen sind, die Genehmigung erteilt werden, alles zu unternehmen, um die Otter von ihrem Hab und Gut fernzuhalten. Das wäre die Lösung. Und das Geld, das hier reinfließt, das gehört eigentlich in den Gewäsenschutz gesteckt. Und weil wir gerade beim Geld sind, habe ich noch eine Frage. Und zwar jeder Anker, der bei uns in der Steier mag, zahlt einen behördlichen Beitrag jährlich von 29 Euro. Was passiert mit diesem Geld eigentlich? Was versiegt das? Bei mir ist zu einem gekommen, dass nur sehr, sehr wenig, nämlich 4 Euro, zurückfließen. Und das kann es glaube ich auch nicht sein. Und wir Angler sind viele. Also da muss einiges an Geld in falsche Lächer fließen. Die Wasserkraft, unsere Politiker und die Arroganz unserer Behörden ist schuld, dass unsere Flöße und Bäche kaputt sind. Ihr alle zusammen seid für uns eigentlich und für weitere Generationen eine ganz, ganz große Enttäusche. Ich weiß es nicht warum, aber wir Menschen haben eigentlich das in uns, dass wir alles schön malen. Aber die Schönmalerei, die muss dann ein Ende finden, wenn es um leidende Tiere geht. Und diese leidenden Tiere sind, wie soll es auch anders sein? Die Tiere unter dem Wasserspiegel, sprich die Fische. Darum ist es wichtig, wenn wir schon von Artenschutz sprechen, dass dieser auch für alle Orten gleich angewendet wird. Es kann nicht sein, dass bestimmte Orten, putzige, Streichelarten, Felderwild etc. dem Fisch vorgezogen werden. Mensch, ein Artenschutz, der muss ja für alle Orten gelten. Auch für die Fische. Und wer einen einseitigen Artenschutz vertritt, der macht sich mit schuldig, wenn weitere gefährdete Orten verloren gehen. Und ich kann euch ernst sagen, es geht unseren Flüssen und Fischen sehr, sehr schlecht. Und mit diesem Appell möchte ich gleich erstarten. Nämlich diese große Problematik, die wir zur Zeit haben, als Gleichgewicht im Ökosystem aus allen Fugen gerät. Es ist die Lebensraumzerstückelung durch diesen hemmungslosen Ausbau der Wasserkraft anscheinend dafür verantwortlich, dass jetzt bereits die Otter, die in einer Überpopulation vorhanden sind, große Huchen angreifen. Den großen Huchen Verletzungen zufügen, die großen Huchen dann im Fluss schwanzlos, man sieht es an den Bildern, herumschwimmen müssen oder kurz vor dem Ableichen eine Laichgrube noch schlagen müssen, ohne Schwanz. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Solche Dinge und Problematiken überlast man der Natur. Im Glauben wahrscheinlich, man muss die Natur in Ruhe lassen, dann kommt alles wieder von selbst zurück. Hör mal auf zum Träumen, es kommt nichts mehr von selbst zurück. Der Mensch muss auch jetzt eingreifen, was veranlassen, weil sonst geht es den Ottern schlecht. Weil wenn es keine Fische mehr gibt, dann hat der Otter nichts mehr zu frösen, dann gibt es den Otter auch nicht. Und das wollen wir alle zusammen machen. Esche, Bachforelle und andere Orten, es stehen ja ohnehin schon die meisten auf der roten Westen, verschwinden, still und leise. Und jetzt passiert etwas, was ja total unnatürlich ist. Jetzt greift der Fischotter bereits die großen Huchen an. Er beißt ihnen Stücke raus, verletzt ihre Flossen derartig. Und wir haben diese Thematik ja schon dieser Öfteren aufgezeigt, über regionale Medien. Doch es ist nichts passiert. Jetzt sind wir beim Punkt angekommen, wenn jetzt nicht bald etwas passiert, dann ist alles verloren. Und glaubt mir eins, wenn ich sage, es geht unseren Flüssen und Fischen nicht gut, dann ist das ehrlich. Es geht ihnen nicht gut. Und wenn wir so weiter tun, dann werden wir bald alles ruiniert haben. Und wir haben alle Freude mit diesem Huchen von dem Ruhl. Und es traurigerweise wieder festzustellen, dass der vor kurzer Zeit, vor gelanger Zeit, wieder von einem Otter attackiert worden ist. Da sieht man die Verletzung scheinen. Ja, das ist einfach zu weinen. Und jetzt darf der Bursche wieder schwimmen, in der Hoffnung. Dass und der Otter nicht ganz oft ist. Hier sieht man auch ganz klar eine Otterverletzung. Leider Gottes muss man dazu sagen, dass der Huchen nicht mehr wegschwimmen wird, weil er verändert ist. Und auch am Schwanz weiß der Fisch ganz, ganz klare Verletzungen aus. Wie das natürlich dann in einem Ankerherzen wirkt, brauche ich, glaube ich, kein Fischliebhaber erklären. Das tut einfach weh. Wir haben noch eine eigenständige U-Population. Aber die Betonung liegt auf nach. Es gibt da sehr viele Anker, die zum Beispiel jetzt mit dieser großen Problematik Otter zu kämpfen haben, weil sie auch Fische fangen, die keinen Schwanz mehr haben, die keine Flossen mehr haben, die starke Verletzungen haben. Und das kann es nicht sein, dass man da ständig wegschaut und nichts unternehmen. Leider Gottes haben beide Otterverletzungen. Wir rütteln euch jetzt wach mit diesen Bildern. Schaut euch diese Bilder an. Schaut es euch gut an. Weil das sind die Bilder der Realität. Und wir hoffen, dass wir noch eingreifen können und ein Gleichgewicht herstellen können in unserem Ökosystemfluss. Nur, da müssen wir alle zusammenhelfen. Und das muss sich viel ändern. Und wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann weiß ich, es war nicht umsonst das Film. Ich weiß, es dauert ein bisschen lang. Aber das war ganz einfach wichtig, weil wir die ganzen Problematiken, die sich da aufgestaut haben, möchte ich mal sagen, reinpacken wollten und euch zeigen. Jetzt seid ihr natürlich hier am Zug. Hilft ihr mit, unsere Flüsse und Fische zu schützen, indem sich das Video an recht viele verteilt. Unsere Natur hat sich das verdient und weitere Generationen, dass wir was erhalten. Also ihr seid auf euch und auf unseren Fluss und auf die Fische, weil wir lassen die Fische nicht im Stich. In diesem Szene flussfrei.